Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Schleim und die Zutaten bestimmen wir mit unserer Dartscheibe hier, die an der Wand hängt. Jeder hat sechs Pfeile und wenn man die Zutaten nicht hat, dann hat man Pech gehabt. Kleber ist da oben in der Ecke, da unten haben wir Kontaktlinsenlösungen, Schaum, hier haben wir Farbe, da haben wir Farbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017